In dem Video gebe ich dir eine sekundenschnelle Technik mit, mit der du sofort gelassen werden kannst. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benediktelt von der Redefabrik hier und fangen wir direkt an mit der Gelassenheitstechnik, die ich dir heute mitgeben möchte, die super einfach ist. Probier sie direkt mit mir aus und dann wende sie auch gerne in stressigen Situationen in deinem Alltag an. Die Technik ist einfach eine Technik des peripheren Sehens. Was meine ich damit? Du kannst natürlich mich jetzt hier direkt fokussieren, genau auf den Bildschirm schauen. Du kannst aber auch so ein bisschen in dein Umfeld schauen und auch wenn du geradeaus noch blickst, andere Sachen in deiner Umwelt wahrnehmen. Ich zeige es dir mal, wie du es ungefähr machen kannst, um zu sehen, wie dieses periphere Sehen funktioniert. Schau einfach auf einen Punkt geradeaus vor dir. Sei es jetzt, schau mich an oder irgendwo auf dein Handybildschirm oder irgendwo anders hin und schau einen Punkt fokussiert an. So, ich mache es jetzt hier mit der Kamera und nehme jetzt meine beiden Finger. Die beiden Finger zeigen jetzt bei mir nach vorne und ich führe sie jetzt immer weiter an den Rand meines Sehfelds. Das nennt man peripheres Sehen. Auch wenn ich jetzt immer noch gerade ausschaue und immer noch nach vorne gucke, habe ich hier immer noch meine Finger quasi in Sichtfeld. Irgendwann sehe ich sie natürlich nicht mehr, aber hier sehe ich sie noch. Und das ist schon die Technik. Warum ist das die Technik? Und was bringt es überhaupt für stressige Situationen? Wenn du es jetzt gleich mal ausprobierst und du musst es dann natürlich später in der Situation nicht mit den Fingern machen, aber einfach mal das ausprobierst, wirst du sehen, erstens es hat wirklich physiologische, also körperliche Veränderungen in deinem Hormon- und Stoffwechselkreislauf, der einfach heruntergefahren wird bzw. entspannt wird. Tatsächlich werden da auch andere Hormone ausgeschüttet. Und das Spannende ist hier daran auch, dass du dann auch zusätzlich dich ein bisschen mehr auf deine Atmung fokussieren kannst und ein bisschen entspannter werden kannst. Und zwar von jetzt auf gleich. Das funktioniert in Sekundenschnelle, weil es einfach eine körperliche Veränderung ist. Wie machst du es dann natürlich im Alltag? Da machst du natürlich jetzt nicht, wenn du, keine Ahnung, vor der Rede irgendwie einen wichtigen Auftritt hast oder irgendeine nervöse Situation ist, dann machst du es natürlich nicht so, dass du dann irgendwie so dastehst. Das wäre natürlich bescheuert. Sondern du schaust einfach peripher, also du schaust jetzt schon hier hin, anstatt nur eine Sache zu fokussieren. Und dann wirst du merken, wie es langsam entspannter für dich wird. Mehr möchte ich in dem Video gar nicht sagen, sondern dir einfach diese Technik mitgeben. Probier sie einfach aus und merke, wie stark sie ist. Falls du jetzt noch mehr psychologischer Rhetorik-Techniken lernen möchtest, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Viel Spaß beim Anwenden dieser Technik und viel kommunikativen Erfolg.